Er war der absolute Königstransfer des FC Bayern im vergangenen Sommer, James Rodriguez. Zwei Jahre ausgeliehen von Real Madrid. Mittlerweile fühlt er sich beim Rekordmeister richtig heimisch und will gar nicht wieder weg. Ich bin beim FC Bayern richtig glücklich und meine Gegenwart ist ganz klar hier. Im Moment denke ich an nichts anderes. Eigentlich der absolute Wunschspieler von Carlo Ancelotti. Aber unter Jupp Heynckes blüht der kolumbianische Superstar erst so richtig auf und ist voll des Lobes für Don Jupp. Er ist ein Trainer mit viel Erfahrung. Ich versuche viel von ihm zu lernen, viel Zeit mit ihm zu verbringen und vor allem gut zuzuhören. Er ist ein Top-Trainer, der auf der Welt seinesgleichen sucht. Bleibt also nur die Frage, was heißt eigentlich Triple auf Spanisch? Ich bin komplett darauf aus, mit meinem Team die Champions League zu gewinnen. Bayern ist ein großer Klub. Mit den Möglichkeiten, die wir hier haben, ist das möglich. Dieser Mann hat Ziele. Er will die ganz großen Trophäen holen. Und das mit dem FC Bayern. Gracias, ich bin ein Tor. Und das mit dem FC Bayern. Ich bin die Vereinigt worden. Ich bin die beiden, also mit der anderen Seite. Die beiden werden wir hier aufbauen. Untertitelung des ZDF, 2020